Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Auto-Innenreiniger ist für den gesamten Auto-Innenraum geeignet. Er entfernt gründlich und schonend selbst hartnäckigen Schmutz an Innenverkleidung, Cockpit, Polstersitzen und Fahrzeughimmel. Selbst verdreckte Fußmatten sind für den Auto-Innenreiniger kein Problem. Einfach einsprühen, idealerweise mit der Sonax Polster, Textil- und Lederbürste schön aufschäumen, absaugen und anschließend ordentlich trocknen lassen. Der Sonax Auto-Innenreiniger bringt nach jeder Anwendung einen frischen Duft ins Auto. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber